Runde neuer Wahnsinnsfahrt, Hearthstone Schlachtfeld, Hearthstone Battlegrounds. Mittlerweile glaube ich Folge 5 oder 6. Ich glaube Folge 5 oder Folge 6 müsste es sein. Uh, was nehme ich denn jetzt? Der letzte Diener hat eine höhere Gasthausstufe. Er hat einen zufälligen Befreundeten Diener bis 2 leben. Das hier wäre irgendwie hier vielleicht so... Wie läuft das aus? Oh, ich probiere mal Toki, glaube ich. Oh, die ist krass da. Äh, wo ist sie? Da, die. Millificent Mana Sturm. Seid ihr bereit? Aktualisiert Bobs Gasthaus. Der letzte Diener hat eine höhere Gasthausstufe. Ne, ich muss schon D hier wieder kaufen. Ich wünsche eine angenehme Schlacht. Alter. Krass. Krass. Was euch nicht umbringt, macht euch stärker. Krass. Hm. Auf die innere Größe kommt es an. Toki. Boah, die haben schon geupdatet. das großartig so jetzt kriegst du ins gesicht haben sich richtig ins zeug gelegt ich kaufe sind auf die größe kommt es an ich habe vor nichts zweiter nummer oder so ihr macht das großartig Ich habe ein paar neue Rekorden aufgetrieben. Sieht gut aus für euch. Ach, really? Alter, das ist ja mal richtig bad gelaufen. Oh. Ich habe gar keine Dämonen, einen. Die will ich haben. Dann habe ich wenigstens ein Drilling von der. Vielleicht ist da ein bisschen Comeback Time. Aber jetzt kriege ich bestimmt richtig auf der Nase. Ei, 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 ei. Naja, jetzt geht es richtig, richtig auf die Nase. Ey, schlechter kann man nicht traden. Ei, 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 ei. Okay. Jetzt muss echt was passieren. Jetzt muss echt was passieren. Nicht Angst. Außer Mäusen. Ich lass die Runde essen. Das läuft ja wie am Schnürchen. Ah, geht so, ne? Sogar noch verhältnismäßig gut gelaufen. Ich bin trotzdem tot. Rappelt euch wieder auf und dreht den Spieß um. Inhale, das läuft ja wie jedoch auch. Sogar trug ja wie auch die Runde . Sogar trug. Sogar trug. Ich habe vor nichts Angst, außer Mäusen. Das läuft ja wie am Schnürchen. Hm, okay. Not enough Mineralds. Ich habe ein paar neue Rekruten aufgetrieben. Wie geht's B- I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I? B-I-I-I-I-I-I, D-I-I-I-I-I-I-I! Ah Das läuft ja wie am Schnürchen Was ist hier los? Ich glaube ich setze tatsächlich zu viel Auf diese Pokerei Also immer auf dieses Drillinge spekulieren Wisst ihr was ich meine? Das probiere ich nächstes Mal anders So ich hoffe trotzdem euch hat es gefallen Und peace out